Die atomare Katastrophe von Fukushima hat in Deutschland die Diskussion um Kernkraft neu entfacht. Ein Umdenken in der Energiepolitik ist notwendig, sagt die Bundesregierung. Welche Herausforderungen dieser Prozess mit sich bringt, darüber wollen wir jetzt mit dem Bundesumweltminister Norbert Röttgen sprechen. Herr Röttgen, die Bundesregierung hat ja im letzten Herbst ein Energiekonzept verabschiedet, das unter anderem eine Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke beinhaltet. Was muss an diesem Konzept jetzt heute verändert werden? Fukushima hat eine neue Lage herbeigeführt. Die Risiken der Kernenergie, die bekannt waren, werden jetzt von vielen anders bewertet, anders gesehen. Das ist ein schreckliches Ereignis, das die Welt verändert hat und damit auch unsere Gesellschaft. Und ich glaube, Politik muss auch in der Lage sein, dann sich zu korrigieren. Also werden wir über die Kernenergie, ihre Risiken, einen noch schnelleren Ausstieg debattieren und am Ende auch entscheiden. Aber der viel größere, vielleicht auch wichtigere Teil des Energiekonzepts war schon im letzten Herbst, den Einstieg in die erneuerbaren Energien zu schaffen, in mehr Effizienz von Energie. Also nicht so viel Energie verschwenden, Energie sparen, das durch neue Technologien, erneuerbare Energien, die ja viele, viele hunderttausende von Arbeitsplätzen geschafft hat. Das wollen wir noch konsequenter machen, weil wir ja nicht nur aussteigen können und wollen, sondern der Punkt ist, dass wir einsteigen wollen, dass wir Kernenergie ersetzen wollen, ersetzen können. Und zu zeigen, dass das wirtschaftlich geht, dass das sogar Wachstumspolitik ist, moderne Politik, Innovationspolitik, das wollen wir jetzt noch konsequenter und entschiedener machen. Es gibt zwei Kommissionen, die den Auftrag haben, sich mit der Zukunft der Kernkraft zu befassen. Was genau machen diese Kommissionen? Es sind zum einen die Reaktorsicherheitskommissionen, die den kerntechnischen Sachverstand unseres Landes in Sicherheitsfragen von Kernkraftwerken versammelt. Die stellt sich die Frage, was bedeutet eigentlich das Ereignis von Fukushima für Deutschland? Es bedeutet ja nicht, dass bei uns jetzt wir die Gefahr eines Tsunamis zu erwarten haben. Es bedeutet auch nicht, dass wir jetzt Zweifel haben, dass unsere Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten werden. Sondern das, was Fukushima ausmacht, ist ja, dass in einem Hochtechnologieland in Japan dieses Land sich eingestellt hat mit seinen Fähigkeiten auf ein bekanntes Risiko, Erdbeben. Sehr strenge Vorschriften erlassen hat. Eine sogenannte Sicherheitsauslegung der Kernkraftwerke gegen das Risiko Erdbeben erlassen hat. Ein ganz starkes Erdbeben unterstellt hat, 8,2 auf der Richterskala. Also viel getan hat mit der Kompetenz eines Hochtechnologielandes. Und das, was wir erlebt haben, ist, dass die Natur diesen menschlichen Expertenverstand widerlegt hat. Es ist dann ein Erdbeben der Stärke 9, was ein viel, viel stärkeres Erdbeben ist, tatsächlich eingetreten. Mit dem Tsunami in der Folge und mit dem Versagen von Sicherheitssystemen. Darum werden wir uns auch mit unserem Notkühlsystem, mit unserer Stromversorgung beschäftigen und unterstellen, dass nicht nur für zwei Stunden der Strom ausfällt, sondern vielleicht für 72 Stunden. Was passiert dann? Und die Kernfrage ist eigentlich die nach dem richtigen Sicherheitsverständnis. Nach den Annahmen, die der Definition von Sicherheit zugrunde legen. Sicherheit kann man nicht ausrechnen. Sicherheit ist gesellschaftliche Wertung. Zu was bin ich bereit, was bin ich bereit hinzunehmen im Hinblick auf die Vorteile? Und mit den unserer Sicherheitsdefinition zugrunde liegenden Annahmen, die werden hinterfragt, die werden befragt. Es wird gefragt, müssen wir bei uns auch mit anderen Naturereignissen rechnen? Was ist, wenn bei uns ein Erdbeben nicht nur von 5,7, wie wir annehmen, sondern von 6,5 eintritt? Wie ist es, wenn Hochwasser kommt? Wie ist es, wenn wegen der zunehmenden Trockenheit die Flüsse weniger Wasser führen und die Kühlung nicht funktioniert? Was ist mit Zivilisationsrisiken, Flugzeugabsturz, terroristische Attacke? Das wird neu untersucht und dann einer Bewertung zugeführt. Das ist ein sicherheitstechnischer Befund, der dann von der Ethikkommission bewertet werden soll als gesellschaftliche Wertung. Dort sitzen Persönlichkeiten, Autoritäten, Repräsentanten der Gewerkschaften, der Arbeitnehmer von Unternehmen, der BASF-Chef, Kirchenvertreter, Kardinal Marx, ein evangelischer Bischof und andere Wissenschaftler, die sich plural und repräsentativ mit der gesellschaftlichen Wertungsfrage beschäftigen und dann der Politik einen Rat geben, die muss am Ende entscheiden. Das hört sich alles sehr theoretisch und sehr abstrakt für mich an. Kann man damit rechnen, dass es in absehbarer Zeit greifbare Ergebnisse dieser beiden Kommissionen gibt? Ja, gar keine Frage. Die erste Kommission, die Reaktorsicherheitskommission, wird am 15. Mai ihre Ergebnisse vorlegen, den sicherheitstechnischen Befund. Das sind die Risiken, die wir kennen, das sind unsere Reserven. Und das ist der nicht abgedeckte Bereich von Risiko, das Restrisiko. Dann wird Ende Mai, also zwei Wochen später, diese Ethikkommission eine gesellschaftliche, ethische Wertung zur Hinnehmbarkeit, zur Erträglichkeit, Verträglichkeit dieses, der Risiken abgeben. Und dann wird insbesondere auch die Parteivorsitzende der CDU und Bundeskanzlerin einen breiten gesellschaftlichen Dialog führen. Auch dann die Fraktionen, alle Fraktionen des Deutschen Bundestages ein Gespräch anbieten, weil wir einen parteiübergreifenden gesellschaftlichen Konsens wollen. Wir wollen das Thema Energiepolitik aus der Kampfzone der Gesellschaft zu einem Konsens, zu einer Mehrheit führen. Denn am Ende muss die Politik neu entscheiden. Im Parlament muss entschieden werden. Es gibt viele Menschen in Deutschland, die Angst haben und am liebsten sofort den Stecker für die Kernkraft ziehen wollen. Was sagen Sie diesen Menschen? Dass das keine Option ist für unsere Gesellschaft. Wir können nicht von einem Tag auf den anderen den Stecker umlegen. Wir haben ja in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen. Kernenergie wird jetzt bei uns hoch, hoch kritisch diskutiert und auch von einer großen Mehrheit abgelehnt. Es war einmal in den 70er Jahren Ausdruck von Fortschritt. Gerade euphorisch wurde das begrüßt, diskutiert, eingeführt, übrigens unter einer sozialliberalen Koalition im Bund. Und jetzt hat sich der Blick geändert. Aber wir haben eben noch rund 23 Prozent unseres Stroms, der in Kernkraftwerken erzeugt wird. Darum ist das ein Prozess. Das mag auch unterschiedlich bewertet sein. Wenn sich Sicherheitsdefizite erweisen, aufgrund jetzt der Überprüfung bei einzelnen Kernkraftwerken, dann werden die abgeschaltet. Sicherheit hat Vorrang. Aber die wirtschaftliche Ersetzung der Kernenergie durch andere Energien und Energieeffizienz ist ein Prozess. Wir wollen ihn beschleunigen, aber wir wollen ihn eben auch sicher machen. Denn man kann nicht gleichzeitig gegen alles sein, Kernenergie, Stecker rausziehen, Kohlekraftwerke zu schmutzig, CO2-Ausstoß. Und die Erneuerbaren sind noch nicht so weit. Und sie sind auch im Markt noch nicht so weit. Darum muss man den Prozess gestalten. Aber man muss ihn auch gestalten wollen. Sie wollen es, das hört man ja auch ganz deutlich, Sie wollen diese Energiewendung in Richtung regenerative Energieträger machen. Aber wie wollen Sie es konkret schaffen? Indem wir klare Ziele setzen und Maßnahmen beschließen. Wir haben zum Beispiel einen riesigen Bereich, den größten Bereich des Energieverbrauchs. Das sind unsere Häuser. Dort verschwenden wir Energie. Weil die meisten Häuser, die wir haben, gebaut worden sind, bevor es eine sogenannte Energieeinsparverordnung gegeben hat. Bevor es also Vorschriften gab zur Dämmung und Wärmedämmung bei Dächern und Fenstern und anderem. Wir wollen jetzt den Menschen nicht mit Vorschriften kommen und sie bevormunden. Aber 40 Prozent unserer Energie wird in den Häusern durch Wärmeverbrauch verbraucht. Und hier ist viel möglich, indem wir viel effizienter mit Energie umgehen. Denn das Intelligente ist doch, dass man Energie erst gar nicht verbraucht. Und wenn man hier die Bürger fördert, die den Eigentümern hilft, diese Modernisierung zu schaffen, dann weckt man die Bereitschaft. In hohem Maße, davon bin ich überzeugt, das zeigen auch die Erfahrungen in der Vergangenheit, Für jeden Fördereuro gibt es sieben, acht Euro Investitionen in der Gesellschaft. Das heißt, das ist eine Win-Win-Situation. Die Umwelt gewinnt, die Sicherheit gewinnt, aber auch die Wirtschaft gewinnt, weil Handwerker, Mittelstand, Aufträge bekommen und der Eigentümer hat ein modernisiertes, modernes Haus, das er auch weitergeben kann an seine Kinder und die Nachfahrung. Was sagen Sie skeptischen CDU-Mitgliedern, die die Kernkraft als CDU-Markenkern betrachten? Das halte ich für ein falsches Verständnis von der Identität der CDU. Ich spreche ohnehin nicht vom Markenkern. Das ist ja ein Begriff der Werbewirtschaft, da ist er auch völlig legitim. Aber eine Partei ist doch etwas anderes als ein Produkt, das es zu vermarkten gilt. In einer Partei kommen Menschen zusammen, weil sie Grundüberzeugungen haben, weil sie in einer Gesellschaft Werte verwirklichen wollen, Gerechtigkeit, Freiheit, Solidarität, weil sie ein Bild vom Menschen haben, wie als Christen, dass der Mensch Würde hat, einzigartig von Gott abgeleitet, weil Gott der Schöpfer des Menschen ist. Und daraus Politik zu machen, aus diesen Werten, aus dem Bild des Menschen als Geschöpf Gottes, ihm gerecht zu werden, das treibt uns doch an. Und nicht irgendeine Technologie, auch nicht die Windenergie oder die Photovoltaik. Es ist nicht Technologie, eine Einzelne, die die Identität der CDU ausmacht, sondern das Bild des Menschen, das christliche Menschenbild, die soziale Marktwirtschaft als das gesellschaftliche Ordnungsprinzip und übrigens auch die europäische Integration. Das ist geistig und historisch die CDU und das macht uns auch heute noch aus. Das ist auch heute unser Kompass und nicht die Kernenergie oder irgendwas anderes. Wie wird die CDU als Partei in die Diskussion um die Energiepolitik angebunden? Ich halte es für ganz wichtig für uns, dass wir diese Energiewende, diese neue Energiepolitik als Teil von Wirtschafts- und Gesellschafts- und Wachstumspolitik geschlossen vertreten. Aber die Führung kann nur geschlossenes Vertreten von ihren Mitgliedern erwarten, wenn die Mitglieder beteiligt sind an dieser Diskussion. Wir sind ja auch alle in der CDU, um uns zu beteiligen und nicht um irgendwelche Parolen entgegenzunehmen. Das heißt, Beteiligung soll sein, muss sein, wird sein. Wir werden zum Beispiel am 2. Mai zusammenkommen hier in Berlin auf Einladung des Generalsekretärs Hermann Gröhe und eine breite Parteikonferenz durchführen zu diesen Themen. Da wird auch kritisch diskutiert werden. Es ist ja nicht alles klar von Anfang an, sondern es sollen unterschiedliche Meinungen da sein, damit die CDU zu einem Ergebnis kommt. Und ich bin ja auch Landesvorsitzender der CDU in Nordrhein-Westfalen. Wir werden das in meinem Landesverband genauso tun. Ich glaube, dass dieses Thema jetzt in der gesamten Breite der CDU in den nächsten Monaten diskutiert werden wird, weil es die Leute umtreibt. Aber wir müssen diese Diskussion auch führen, strukturieren. Das wird geschehen und darauf freue ich mich, damit wir dadurch auch eine gute Beteiligungsgrundlage für eine klare Position haben, um sie dann auch geschlossen und kämpferisch zu vertreten.